Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Among the Sleep, dem Prolog, dem DLC und wir machen jetzt hier mal weiter und die Heizung will uns fressen. Na, wieder. Komm schon. Kann ich nicht raus? Ja, die Heizung kann ich nicht hoch. Was ist denn hier? Was bringt die da raus? Gut, also im Keller ist irgendwas. Kommt hier hin, der... Das war wohl der Vater und die Mutter. Alter, verdammte Heizung. Da läuft der... Da läuft der viel. Zack. Jetzt kriege ich die Heizung irgendwann mal los. Weil sie nervt. Ich mach jetzt hier wieder wie ein auf John Rambo. Da ist winterlich. Ja, bleib doch mal locker. Die Heizung, die nervt mich ein bisschen. Ja, bleib doch mal locker. Bist du jetzt mehr happy? Bist du jetzt mehr happy? Zack. Geh, die Heizung, die nervt wirklich. Aber ich werde... werde jetzt wahrscheinlich von hier anfangen. Ja. Wir können doch hier nicht rein, oder? Weil hier... ...happy ist, oder? Doch, kann er! Alter, verdrück dich doch mal Da war ich schon mal Na, da ist nix Gutes Verdammt, die Kacke Ich fühle mich hier wie, wie auf nem Schlachtfeld Gut, aber ich glaube hier ist, da hinten läuft er Ich muss da hoch Ich werde erstmal da hoch Im zweiten Stock Und dann kümmere ich mich um die Heize Denk ich mal So Jetzt bin ich da hier Komm mal oben Verdammt Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich das denn machen? Wieso ist denn hier verschlossen, ey? Gut, ich Guck mal, wie ich da die Heizung austricksen kann Im Keller Okay Ja, die Heizung ist weg Oder? Licht Ah Muss ich dich retten Da hinten ist Scheiße Geh schon, geh schon Ja Ja Das Licht geht immer wieder aus Verdammte Scheiße hier Kann ich nicht da hin So Jetzt hier hoch Aus dem Weg Du auch Flasche Okay Okay, also ich muss Jetzt ganz schnell Licht anmachen, ne? Oder was? Genau Oh, komm Dämliche Heizung, ey Und jetzt? Ich muss ja irgendwie Jetzt hab ich verstanden Dann muss ich den da hier hinschleppen Oder? Nee, den kann ich nicht hier hinschleppen Okay Wenn das wieder ausgeht Fick dich doch Den hier kann ich doch schleppen, oder? Nein Das ist auch nett Das ist auch kacke Verpiss dich, Heizung Den Stuhl da hinten Okay, okay, okay Jetzt wenn Licht wieder ausgeht Dann schnapp ich mir den Stuhl Na komm Komm schon Fick dich doch Scheiß Heizung, ey Scheiß Heizung, ey Scheiß Heizung, ey Scheiß Ofen Mann, ich krieg das nicht gezogen, ey Komm schon Komm schon War fast erledigt Blöde Steuerung Echt ganz ehrlich, Alter Mann, schieb dich doch Ja, ey Wenn er wenigstens bisschen Mehr Zeit geben würde Aber nein Aber nein Dam Was ein Schwachsinn, ey So, jetzt kannst du mich mal Komm schnell weg hier, ey Gut Okay, also ich habe jetzt Glaube ich habe jetzt alle Oder so Ja, was soll ich machen Jetzt musste oder hoch oder so Irgendwie Hoffentlich Ja, da ist auf jetzt Wer hat so geräusche gemacht? Hm Da hinten ist noch eine Tür Die offen ist Ja, das kriege ich nicht auf, ne Ist verschlossen Muss ich irgendwo da hinschleppen Ja, scheiße, dass ich meinen Tee den nicht habe Komm, wir krabbeln mal Das geht schneller Ganz schön Kann ich Kann ich Ja, ganz offen Ja, das Licht schalte ich Kriege ich wohl nicht eingeschaltet, ne Gut, dann War das Blödsinn Ich wollte hier das Licht einschalten, aber Scheint wohl nicht zu klappen Da ist ein Lichtschalter Voll in der Voll im Bild, ne Wir machen sowas Hier wird doch bestimmt das Vieh sein Oder so Hier wird doch bestimmt das Vieh sein Jawohl Jawohl Hm, da ist noch was Das ist bestimmt Eine Erinnerung oder sowas Kann ich da unten hin? Kann ich Ja, hier drüber kann ich mich wahrscheinlich Verdrücken oder so Was ist das? Keine Ahnung Keine Ahnung, ey Ja, ist das hier ein Joker oder was, Alter? Komm Kann ich nur so Ich dachte Könnte ich aufmachen Aber scheinbar nicht Ja, Leute Ich bin mir nicht sicher Was da gleich passiert, ne Und ich hab nicht so viel Zeit Ja, 28 Sekunden Ich mach jetzt die Pause Und wir sehen uns dann im nächsten Part Wieder und gehen dann da rein Macht's gut und bis gleich dann Tschüss Tschüss Wie Was